Heute schauen wir uns mal den RT2600AC WLAN Router von Cynology an. Die kennt man ja eigentlich eher aus dem Netzwerkspeicherbereich, aber mittlerweile haben sie eben auch zwei WLAN Router im Sortiment und die sollen tatsächlich sehr gut sein. Ob das der Fall ist und wie der RT2600AC abschneidet, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Im Lieferumfang befindet sich ein Netzstecker, ein LAN-Kabel, eine Kurzanleitung und natürlich der Router selbst mit seinen vier Antennen. Das Gehäuse besteht komplett aus Kunststoff, ist allerdings wirklich solide gebaut, also die Verarbeitung stimmt hier auf jeden Fall. Das Design ist schlicht und recht modern, meiner Meinung nach kann man sich den Router gut in die Wohnung stellen und muss ihn nicht zwangsläufig verstecken. Bei den Anschlüssen finden wir 4x LAN, einen Warnport für den Signaleingang, also zum Beispiel von eurem DSL-Modem, dann gibt es noch einen USB 2.0 Anschluss und natürlich den Stromanschluss. Der erste LAN-Port kann zusätzlich auch für den Signaleingang verwendet werden, so dass man also, falls vorhanden, zwei Internetanschlüsse gleichzeitig verwenden, die Auslastung auf beide Leitungen aufteilen und das Ganze als Ausfallsicherung nutzen kann. Das ist alles an der Rückseite, hinzu kommt ein weiterer USB 3.0-Port an der linken Seite und ein SD-Kartenleser am vorderen Rand des Gerätes. Die Inbetriebnahme ist extrem einfach, nachdem ihr Strom und das Eingangssignal angeschlossen habt, lässt sich der Router direkt über den Browser aufrufen, zumindest wenn das Endgerät per LAN angeschlossen ist. Ist es das nicht, ist das auch gar kein Problem, der Router öffnet nämlich automatisch ein WLAN-Netz, in das ihr euch mit den Zugangsdaten aus der Kurzanleitung einloggen könnt. Ein Assistent führt euch dann Schritt für Schritt durch den Einrichtungsvorgang und nach wenigen Minuten ist das Gerät einsatzbereit. Bei den Netzwerkspeichern ist Synology für seine gute Software bekannt und auch bei den Routern kommt eine eigene und optisch sehr ähnliche Lösung zum Einsatz, der Synology Router Manager. Der Aufbau ist schick und simpel gestaltet, so dass man sich wirklich schnell zurechtfinden kann. Trotzdem bietet die Software jede Menge Optionen und Features, so dass also auch professionellere Nutzer auf ihre Kosten kommen sollten. Weiterhin sind verschiedene Apps im Apple App Store und im Google Play Store verfügbar. Man kann die Funktionen noch erweitern, indem man Pakete installiert, wie zum Beispiel die Download Station oder den VPN Plus Server. Allerdings hat der Router keinen internen Speicher, so dass man also auf eine SD-Karte, einen USB-Stick oder eine externe Festplatte zurückgreifen muss. Das ist zwar sowieso eine sinnvolle Sache, weil man das Speichermedium im Netzwerk freigeben und dann von allen Geräten darauf zugreifen kann, aber dennoch wäre ein etwas größerer interner Speicher durchaus cool gewesen. Aus technischer Sicht ist der RT2600AC ganz vorne mit dabei und beinhaltet alle aktuellen Standards, wie zum Beispiel WLAN-AC, die Wave2-Technik und MU-MIMU, immer noch ein komischer Name, bedeutet im Endeffekt einfach, dass mehrere verbundene Geräte gleichzeitig mit einer möglichst hohen Datenübertragung und möglichst kurzen Zugriffszeiten angesteuert werden können. Was ich praktisch finde, ist das Smart Connect Feature, das 2,4 und 5 GHz Netz wird sozusagen kombiniert gesendet und je nach Endgerät und Entfernung zum Router wird intelligent zwischen den beiden Frequenzen hin und her geschaltet, damit man immer eine gute und schnelle Verbindung hat. Manche anderen Hersteller senden die beiden Netze immer getrennt, so dass man selbst hin und her schalten muss bzw. teilweise darauf achten muss, ob man sich auch wirklich im schnellen 5 GHz Netz befindet und so weiter, die automatische Umschaltung funktionierte bei meinen Tests auch sehr zuverlässig. Die vier großen Antennen deuten schon eine hohe Reichweite an und auch in der Praxis kann sich das absolut sehen lassen. Der Router kann meine gesamte Wohnung, also ca. 90 Quadratmeter, mit dem schnellen 5 GHz Netz abdecken und lässt dabei auch bis in die letzte Ecke fast gar keine Performance liegen. Hier einmal ein Speedtest mit dem Smartphone, einmal direkt neben dem Router und einmal am Rand des 5 GHz Netzes, zur besseren Einordnung hier noch ein Test per LAN Verbindung, also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der WLAN Leistung. Die Reichweite vom 2,4 GHz Netz ist natürlich noch höher, die Datenübertragung dafür aber halt langsamer. Man könnte natürlich noch so viel mehr über einen Router erzählen, aber ich denke mal, dass wir das Wichtigste, was so die meisten Nutzer interessiert, abgearbeitet haben. Zusammenfassend handelt es sich beim Synology RT 2600 AC um einen gut ausgestatteten WLAN Router mit übersichtlichem Betriebssystem und einer hohen Sendeleistung sowie Reichweite. Alle aktuellen Techniken sind an Bord, das Gerät sieht gut aus und somit gibt es natürlich eine Empfehlung. Preislich reden wir hier aktuell von ca. 240 Euro, was schon eine Menge Geld für einen WLAN Router ist, in Anbetracht der Features und der hohen Leistung aber noch halbwegs in Ordnung geht. Also übertrieben teuer ist das Gerät nun auch nicht, vor allem nicht, wenn man sich manche Konkurrenzprodukte mal ansieht. Für ca. 160 Euro gibt es außerdem den kleinen Bruder, nämlich den RT 1900 AC, der bietet ein paar weniger Features, eine etwas geringere Reichweite und so weiter, reicht für viele Nutzer aber sicherlich auch aus. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Teilt mir gerne eure Meinung zum Produkt und zum Video in den Kommentaren mit und dann würde ich sagen, macht es gut Leute, bis zum nächsten Mal, ciao!